Das Stapelrecht oder auch Niederlagsrecht war im Mittelalter das Recht einer Stadt, von durchziehenden Kaufleuten zu verlangen. Dass sie ihre Waren in der Stadt für einen bestimmten Zeitraum auf dem Stapelplatz abluden, stapelten und anboten. Teilweise konnten sich Händler durch Zahlung eines Stapelgeldes von der Stapelpflicht befreien. Zusammen mit dem Stapelrecht hatten die Städte meist ein Umschlagsrecht. Beide Rechte verteuerten die betroffenen Waren und beförderten die Interessen städtischer Gewerbe. Historische Beispiele Der Braunschweiger Herzog Otto I. stattete die an drei Flüssen gelegene Stadt Münden im Jahr 1247 mit dem Mündender Stapelrecht aus, das bis 1824 galt. Es gehört zu den ältesten urkundlich bezeugten Stapelrechten. Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln, gewährte der Stadt Köln am 7. Mai 1259 dk-Sekunden Stapelrecht. Alle Waren, insbesondere die auf dem Rhein transportierten, mussten nun drei Tage den Kölner Bürgern zum Kauf angeboten werden. Diese Regelung verschaffte den Kölner Patrizien einen bedeutenden Reichtum. Auch viele andere Städte in günstiger Lage an Handelsrouten hatten dieses Recht unter ihnen Mainz, Frankfurt am Main, Heilbronn, Neuss, Münden, Frankfurt, Görlitz, Berlin, Magdeburg, Itzehoe, Erfurt, Wien sowie die Hansestädte Lübeck, Hamburg, Rostock, Stade, Bremen und Zwolle. Für die Kaufleute kam erschwerend hinzu, dass die betreffenden Städte nicht umfahren werden konnten und so den Handelsverkehr auch in größerem Umkreis an sich zogen. So erhielt Leipzig ein 1507 dk-Sekunden-Meilen-Privileg von Maximilian I. und konnte sein Stapelrecht auf 15 Meilen um die Stadt ausdehnen. Vor allem verderblichen Waren wie Milchprodukten, Fleischwaren, Fisch sowie dem Fernhandel setzte diese Auflage eine große Handelserschwernis entgegen, Stadien merkantilistischer Handelspolitik. Josef Schumpeter teilt bei seiner Erörterung der merkantilistischen Literatur die exportmonopolistischen Praktiken bezüglich des Stapelrechts in drei Phasen ein. Kooperativ organisierte Kaufleute machen bestimmte Städte zu zentralen Niederlassungen, um ihren Handel besser steuern zu können. Die Städte selbst zwingen die durchziehenden Kaufleute, ihre Waren am Ort selbst anzubieten, wobei sie für die Stadt vorteilhaften Restriktionen unterworfen werden. Vom 13. Jahrhundert an verbreitet über Italien, über ganz Europa bis hin nach Russland und England. Daraus entwickelte sich die Praxis, den Welthandel zum tatsächlichen oder vermeintlichen Wohle eines Landes in bestimmte, vorgezeichnete Kanäle zu lenken, um damit dem Ausland zu schaden. Dieses System ging schließlich allmählich in Protektionismus im modernen Sinne über.